Fabian? Ich bekomme keine Luft, weil ich geil bin, oder? Period. Ich meine, es ist der Ernst, bring mich ins Krankenhaus. Oh, okay, okay, ich beahle mich. Das ist jetzt nicht der Ernst, ich bekomme keine Luft. Dann atme doch einfach, hier ist doch eh genug Luft. Bring mich bitte zum Arzt. Ich muss mich doch fertig machen. Wie lange? Zwei? Na gut, zwei Minuten halt ich noch raus. Zwei Stunden, ich meine zwei Stunden. Du bist doch ein Mann, also halt einfach durch. Oh, oh, oh. Snapchat. Mein Freund, atmet nicht mehr, weil ich gottlos geil bin. Hashtag Single. Gute Nacht.